Es lasst auf diese etwas unorthodoxe Weise unseren berüchtigsten Kommissar, Herrn Horst Schimanski. Wir setzen ihn vorzugsweise dann ein, wenn es gilt, eine Schneise in den Wald zu schlagen oder bei einer Fahndung ein Irrgeben auszulösen. Ist das jetzt ein offizieller Auftrag? Ich habe Sie gar nicht anklopfen gehört, Herr Schimanski. So, bist du dicker geworden? Dass du das siehst ohne Brille. Ich dachte, die wollen mal eine Aussage. Warum schicken die dann einen Metzger wie Sie? Wer sind Sie, der neue James Bond? Gib deine Hand und meine Jacke zurück, sonst rahme ich sie den Arsch. Ich kann dir auch ein Blasen. An meinem Schwanz erstickst du. Ich glaube, ich bin schwanger. Atelierer Schimanski. Sorry, Panda. Ich glaube, das hat nicht ganz geklappt mit der Rückendeckung. So was habe ich früher alleine gemacht. Zierer Schimanski. So was habe ich.